Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 23. Oktober. E-klar bei der Kerb in Mörfelden-Walldorf, Haushaltssperre in Pfungstadt wird angepasst und im Rüsselsheimer Opelwerk müssen aufgrund der Absatzflaute viele Leiharbeiter gehen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Hört hier der Spaß auf? Auf der Brust der Kerwebob 2024 in Mörfelden-Walldorf prangt Groß, Bündnis 90 Die Grünen. Beim traditionellen Kerwebaumstellen am vergangenen Samstag verfolgt eine vierstellige Besuchermenge des beliebten Traditionsfests, wie der Baum mit der Puppe am Stamm in die Senkrechte gewuchtet wird. Am Kerwedienstag erwartet die Puppe die Verbrennung. Schon kurz darauf geht das Video eines Unbekannten in den sozialen Netzwerken viral. Sollen sie hängen, die Penner? Das politische Ausrufezeichen am Stamm des Kerwebaums löst eine Lawine aus. Bündnis 90 Die Grünen sehen eine rote Linie übertreten. Gegen den unbekannten Hetzer wird Anzeige erstattet. Selbstverständlich könne jede Person eine kritische Meinung zu den Grünen haben, aber Gewaltaufrufe wie diese passen nicht in eine demokratische Auseinandersetzung, so der Fraktionsvorsitzende Ioannis Karatanasis. Wir verurteilen Gewaltaufrufe gegen Politiker jeglicher Couleur auf das Schärfste. In Mörfelden-Walldorf ist die Partei die stärkste Fraktion im Parlament und stellt mit Thomas Winkler den Bürgermeister. Weiter geht es nach Pfungstadt. Dort wird die Haushaltssperre angepasst. Alle Ausgaben über 30.000 Euro sollen mit wenigen Ausnahmen vom Hauptausschuss kontrolliert werden. Beschlossen wurde außerdem eine Sperre aller neuen Mittel für Sach- und Dienstleistungen sowie Investitionen, die 2024 erstmalig im Haushalt bereitgestellt werden. Die Stadt soll sparen und unnötige Ausgaben zurückfahren. Die gesperrten Sach- und Dienstleistungen können vom Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss nach Darlegung der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit entsperrt werden. Ab welcher Nettosumme gesperrt werden soll, darüber wurde allerdings noch ausgiebig diskutiert. Die Ausgangslage ist dabei folgende. Je niedriger der Sperrwert ist, desto mehr Aufwand bedeutet das für den Haupt- und Finanzausschuss und die Verwaltung. Auch kleine Investitionen müssen dann einzeln geprüft und abgenickt werden. Wird die Sperrsumme jedoch hoch angesetzt, wird dadurch die Kontrollfunktion seitens der Ausschussmitglieder schwächer, da viele Ausgaben dann nicht vorgelegt werden müssen. Der geplante Zusammenschluss der Sparkasse Darmstadt und der Sparkasse Dieburg wird verschoben. Das hat der Verwaltungsratsvorsitzende beider Sparkassen und Landrat des Kreises Darmstadt-Dieburg, Klaus-Peter Schellhaas, am Dienstag mitgeteilt. Es sei beschlossen worden, die finale Entscheidung der Träger über den Zusammenschluss am Ende des ersten Quartals 2025 zu treffen, erklärt der SPD-Politiker. Mit dieser Festlegung werde den Entscheidungsträgern ausreichend Zeit gegeben, um die komplexen Fusionsunterlagen gründlich durchzuarbeiten und zu erörtern. Die geplante Fusion selbst wird auf Anfang 2026 verlegt. Die ursprüngliche Planung sah vor, die Entscheidung bereits Mitte Dezember 2024 zu treffen. Die Fusionspläne wurden von den Vorständen beider Sparkassen vorangetrieben und von Schellhaas sowie vom Darmstädter Oberbürgermeister Hanno Benz unterstützt. Auch die Personalräte beider Sparkassen sowie die Gewerkschaft Verdi erhoben keine Einwände gegen eine Fusion. Seit vier Jahren wird bereits an der rund vier Kilometer langen Ortsumgehungsstraße gebaut. Ein paar Jahre wird es jedoch noch dauern, bis die neue B38 um Mörlenbach herumführen wird. Doch die Arbeiten schreiten weiter voran. Da die neue Ortsumgehungsstraße auch über die Strecke der Überwaldbahn führen wird, ist hier in den vergangenen Monaten eine Überführung entstanden. Der Bau über die Überwaldbahn steht kurz vor dem Abschluss, teilt Dunja Fioriti von Hessen Mobil mit. Zwei Brücken und zwei Tunnel werden in den nächsten Jahren entlang der künftigen Ortsumgehungsstraße entstehen. Voraussichtlich ab Anfang November werde auf der B38 im Bereich der Zufahrt zur Baustraße ummarkiert. Außerdem wird an der Einmündung der Baustraße in die B38 eine Ampelanlage installiert. Auch in Sachen Tunnel geht es voran. Hier konnten mittlerweile die Aufträge zum Bau der zwei Tunnel vergeben werden. Die Bauarbeiten am Tunnel Bergersklamm werden in Kürze beginnen. Auch am Tunnel Kisselhöhe wird noch in 2024 mit den Bauarbeiten begonnen, teilt die Hessen-Mobilsprecherin mit. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick nach Rüsselsheim zu Opel. Der Autobaukonzern leidet unter der aktuellen Absatzkrise. Aber es gibt für die Rüsselsheimer Stellantis-Tochter auch Lichtblicke. So läuft der Astra vergleichsweise gut. Im August war das Kompaktmodell Segmentführer, betont das Unternehmen. Doch selbst der Astra verkauft sich zurzeit nicht so, wie er hofft. So wurden in der vergangenen Woche im Rüsselsheimer Werk die Bänder komplett angehalten. Bereits in der ersten Oktoberwoche wurde die Produktion reduziert. Nun wird Opel die Produktion in Rüsselsheim von anderthalb auf eine Schicht reduzieren. Dass das Management diese Entscheidung getroffen hat, geht aus einer internen Mitteilung der IG Metall im Opel-Betriebsrat an die Mitarbeiter hervor, die dieser Redaktion vorliegt. Das hat vor allem für die Leiharbeiter Konsequenzen, die Opel in der Rüsselsheimer Produktion beschäftigt. Insgesamt sind es mehrere hundert. Nach unseren Informationen muss um den Wechsel von Oktober zu November bereits ein großer Schwung an Leiharbeitern gehen. Konkret sollen mindestens 130 Beschäftigte von ihren Zeitarbeitsunternehmen bei Opel abgemeldet werden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echoonline.de Gude Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echoonline und mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vam.de